Il mondo soltanto adesso io ti guardo Papa, ero giovane. Adesso quante anni avrei vuto, Papa? 52 Es gibt noch so ne Fernsehsendung, die alles killa visto. Das heißt übersetzt, wer hat ihn gesehen oder wer hat sie gesehen. Die hab ich vor ner Woche angerufen. Hab ich Personalien von meinem Vater abgegeben. Und die kümmern sich jetzt um die Suche nach meinem Vater. Ach komm. Und der Hammer ist, die haben mich eingeladen. In einer Woche soll ich in Rom in der Show auftreten. Ne. Quatsch. Hallo Mama. Ich wollte nur sagen, dass ich bin auf der richtigen Spur, Mama. Mach dir keine Sorgen. Ich fahre aus Berlin nach Italien. Nur so aus Spaß. Superbarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcar Vielen Dank.